Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche kleinen Ohrstöpsel hier für den Gehörschütz richtig in das Ohr selber einfügen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es verschiedenste Ohrstöpsel, auch ich zeige es dir jetzt einmal anhand von diesem gängigsten Modell überhaupt. Zuerst einmal muss man den Gehörschütz zwischen die Finger nehmen und dann einfach so etwas kleiner rollen, dass dieser natürlich kleiner und vor allem auch faltenfrei wird. Bei mir sollte das jetzt auch schon passen. Wenn er so klein ist, müssen wir zügig weitermachen, dass er sich nicht sofort wieder öffnet. Hierfür das Ohr mit der einen Hand hier oben nehmen, einmal nach oben und leicht nach hinten ziehen und jetzt den Ohrstöpsel hier in das Ohr hineinschieben, in den Gehörgang und zwar so weit, bis man diesen von vorne nicht mehr richtig sehen kann und dann einfach einmal circa 10 Sekunden lang eindrücken. In dieser Zeit geht jetzt nämlich der Ohrstöpsel wieder auf und verschließt somit den Gehörgang. Bei mir sollte das jetzt auch schon langsam ausreichen und dann einfach mal loslassen, den Finger natürlich auch wegnehmen. Wie du sehen kannst, von vorne, man erkennt überhaupt nichts, aber von der Seite kann man den Gehörschutz sehen und somit haben wir diesen auch schon selber richtig eingesetzt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens solche hochwertigen Ohrstöpsel zulegen möchtest, egal ob für die Arbeit, zum Schlafen, zum Schwimmen oder auch vielleicht für ein Konzert, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei. Das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in deinem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also solche Ohrstöpsel zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.